Ach, jetzt hat er mir erst Skylight überwiesen. So, so, Regina. Welchen Überfall? Hier ist keiner. Stopp, 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 stopp. Weiter kurz. Ja. Ah, okay. Ja, war da. So, raus da. Ich mag dein Auto. Oh, dieses Auto ist so geil. Wie? Wie steht es? Es ist schon ein geiles Auto, ey. 1,3 Kilometer noch. Die Stadtverwaltung denkt darüber nach, dass... Seaside Café. Allerdings nur unter einer Bedingung. Denn Eddie ist keine Euro-Dollar. ...dass sie die kriminellen Machenschaften in dem Bezirk auch unterbinden will. Die letzte Nachricht des Tages wird Haustürbesitzern wohl eher weniger schmecken. Wie kurz nicht beschlossen wurde, erhöht sich die Hundesteuer auf Seite 1.000 Euro-Dollar. Ho, 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 ho. Pro Monat. So ein nicht angemeldetes Haustür auf mindestens 40.000 Euro-Dollar erhöht. Wow, 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 wow. Bei den M54-Lokal-Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Was sind das denn für schlechte Aussichten? Aber cool, dass die auch wirklich einen Nachrichtensender hier drin haben. Ist ja auch im Radio. Ist schon ein Premium-Auto. Dann gehen wir doch mal Missvieh suchen. So, Entschuldigung. Ich suche hier Psycho. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll er sich hier aufhalten. Geh eine weitere Information mir übergeben. Ich werde es nicht der Missvieh, der Psycho. Das werde ich auch sehen. Du hast ein Filmset also kaputt gemacht. Verdammte Psychos. Ja, ne. Oh. Dank, Alter. Ja, ruhig. Blut. Musst du mich immer so schnell machen. Komm runter, da. Ja. Los. Warte, habe ich gesagt. Dir wird das nicht helfen. Ansonsten verbrennst du da oben. Du kannst dir hier auch nicht durchschießen. Guck. Kannst du hier nicht durchschießen. Bräuchte bitte nicht so doll. Machst den Leuten hier unten Angst. Hast du bestimmt eine Granate dabei, ne? Ich dürfte hier gleich. Jetzt dürfte ich 5 zu haben. Ich brauche sogar was zu haben. Ich suche mir schon mal die Möglichkeit, da hochzukommen. Warte nicht auf mich, ne? Das hat plus einen. Sie hat eine Brandgranate gehabt. Ich komme nicht hoch. Ah. Damit kann man dann hochfahren. So, meine Gute. Da wählen wir. Revolver. Ja. Und eine Nachricht. Wie geht es uns denn so? Nicht mehr so gut, habe ich gehört. 177 waren auf die ausgesetzt. Ja, Leichen. Schön, dass man das jetzt erkannt hat. Ein Film, wie es mir scheint. Das geht doch so nicht. Die kann doch keine Promis einfach abschlachten. Veganäre Upgrade-Komponente habe ich jetzt eingesammelt. Ableckungsmanöver. Oh nein. Das flackert so. Das flackert so doll. Sogar die Sicherheits-Screw oder Techniker. Von. Rediminiert. Liest den Splitter. Nachricht an. Da. Irgendwas. Nachricht von Sam. Oder wie? Du nicht, du nicht. Dann habe ich die auch durch. Das ist bloß eine gewesen. Da sind keine. Da sind keine. Ab, 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 ab. Einmal. Wir müssen hier auch mal ein bisschen Ordnung in die anderen reinbringen. Das ist dann die Nachricht, die wir lesen sollten. Und das war's. Äh. Ich suche die Umgebung nach Informationen. Wie deine Leiche. Schrecklich, schrecklich. Ich weiß. Hinten ist noch was. Oh, da unten liegen auch nochmal zwei Leute. Die hatten ein paar offen gewesen. Die hat sogar was klingelt. Äh, das ist episch. Das ist episch. Hast du die Klinge gehabt? Und wieso habe ich jetzt gerade nicht so wirklich Sound mehr? Wie liest du das Drehbuch? Ich habe auch keinen Schuss-Sound mehr. Okay. Nö. Selbst in der Karte, äh, selbst in der Aufnahme ist es nicht mehr. Mensch, was ist denn jetzt schon wieder los? Kann auch wohl nicht wahrsteinern. Oh, ein verdammter Mist. Oh, ein verdammter Mist. Heute will wohl nichts so richtig klappen. Muss ich gleich, glaube ich, noch mal den Spielstand neu laden. Ach, jetzt ist es auf einmal wieder da. Ja, jetzt ist es wieder da. Okay. Wirst du wüssten. Vielleicht, das kann ich noch untersuchen, weil wir... Oh, was war das, was ist denn da? Dich habe ich durchsucht, Dich habe ich durchsucht. Was kann ich denn hier noch machen? Hier oben ist ein Radio. Mach das doch mal aus. Wir wollen hier keine Musik hören. Produktion. Äh? Hätte ich den Punkt gerade gesehen. Gibt es hier wirklich noch irgendwas zu sehen? Von hier oben sehe ich halt nichts außer das hier. Könnte ich damit noch irgendwas machen? Ich kann darauf schießen. Ah, ich kann die durchsuchen natürlich. Und ich kann den Splitter lesen. Da hätte man vielleicht auch mal denken können. Der hat mir auch um einiges schneller gegangen. Und auch um einiges effektiver. Regina. 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 Regina, ich habe hier... Sachen würd ich. Oh. Oh, ist Level. Okay, ich muss auf Reflexe gehen. Für das Sandivistan. Und dann brauche ich hier... Und dann brauche ich hier... Punkte. Wie viel man ausgibt. Man hat immer drei. Ja, schon mal. Oh, ich will... Ich will auch kämpfen. Darf ich auch kämpfen? Oh, wie schwer ist denn das? Leute, ihr seid ganz schön stark hier, ne? Immer schön aus den Knie nehmen. Und der Typ geht einfach da durch. Kreize ich jetzt die Antel. Okay. Äh. Dann... Gucken wir uns das mal an. Den werden wir diesen Scheiß-Kilber mal auffliegen lassen, nicht? Das ist doch nicht. Ich muss mal kurz, meine Ahnung. 33, 33, 2. Verringerung von Nachkampfschaden. Was sieht denn das aus, Alter? Ach, so ein Helm. So ein Helm passt doch zu uns. Ohne Weste. Ja. So langsam wird's was. Hab's denn auch was Besseres? Ja, Johnny Silverhandball, also bitte. Noch mehr Panzerung. Langsam wird's richtig badass. Und ein anderer Anzug vielleicht noch? Ja, natürlich. So, jetzt ein ganzer Anzug ist natürlich, äh... So ein Top. Auch gerne gesehen. Große haben wir auch nochmal. Ne schöne Jeans. Das ist doch alles bescheuert. Warum bringen die mehr Rüstung? Die machen doch nicht mehr Schaden. Ja, ich steck meine Waffe schon weg. Sehr gut. Hüpf! Und da müssen wir dann irgendwie hoch. Ähm, hier ist... Wo ist hier ne Treppe? Weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen. So langsam wird mir das hier alles ein bisschen zu anstrengend, nicht? Hätte da ein Hühnchen als... Hühnchen als Gesicht und Fürstchen. Ah, und dann die vegane Version. Okay. Ich muss schnell vorankommen, ich will nichts essen. So. Die Maschine ist nicht mal angegangen. Aber wir sind da. Am vereinbarten Treffpunkt. Zur vereinbarten Zeit. Es wird nur noch Judy. Und dann ist alles perfekt. Hoffen wir es mal, dass alles dann perfekt ist, ne? Äh, wenn das nicht immer so lange laden würde. Wäre es noch besser. Passion. Oh, da... Das ist unser Film. Oh, ne. Die haben den Film schon rausgebracht. Haben wir den PD eigentlich davon? Aber da steht unser Name nicht drauf, ne? Ne, unser... Unser Name steht da nicht drin. Die hat uns abgezogen. Schweine. Das müssen wir unbedingt Judy erzählen. Kann also nie weitergehen. Das ist unser Film. Das ist unser Film. Das ist unser Film. Das ist unser Film. Das ist unser Film.